Eben 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 Luka, das ist ein Ebener, ich glaube ich Können wir in ein Auto fahren? Ja Alter, macht mal halblang, ich bin ja Mega-Wiss ihr das nicht, ich kann ja nicht so schnell rennen Ja, such heute irgendeine Energie-Scheu Oh, du Zombie, Zombie, Zombie Oh, das geht, das geht Timo Trinks Kopf, Kopf So, Rune, schütze ich mal rein Oh, Kopf, Kopf Eben Das ist einfach falsch Ja Fred, schau jetzt mal, komm mal hier auf den Pick-Up hoch, hoch da drauf, hier oben Ja, egal, ob wir oben kommen Achso, ich hab' ich Level 2 Guck mal her, schau mal, die Kirche da hinten Wenn du dieses Pick-Lock da hast, dann kann ich die Kirche aufmachen Und da sind meistens ziemlich gute Waffen drin, deswegen soll ich das machen Jo, ich hab' aber keinen Pick-Lock, ne? Du kannst aber machen, mach's einfach nach, wenn du genügend Skill-Points hast Das war jetzt gar aufgezogen Ja Ich wollte nur mal zeigen, falls du's brauchst, okay? Ja, genau Hä, warum, die Pfeile zwäng' doch dahinter Ne, live in the back, wir müssen wieder zurück Hey, du Luka, geh, mach' alle neben-Crash, das ist klar, oder? Crashs Ja, da weiß ich nicht Ja, klar, in der LAN Ja, in der LAN wird battle-435 Eben, gell? Bei wem überhaupt eigentlich, ist das dumme Frage? Rümring in der Schule Oh je, oh je, ich geh' doch freiwillig in die Schule rein Oh, da steht noch so Auto Oh, nice, nice, nice Müssen wir doch nicht immer den Scheiß Weg hier rein, oder wie? Ja Oh, du bist so'n Genie, Freddy, Mann Wir nehmen mich nicht wert Wir leben mich nicht wert Luca... Luca haben die Sichel für die Wunderwölch Blimsy, Sekull drop da hier kannst du alle in den kopf hacken so nächste auftrag was machen wir quests family matters oder wie heißt das oh nein oder es ist warum ach so ja okay es ist okay habe ich ausgewählt da ich ins auto setzten ich fahre ich sitze hinten drauf ja luca da ist ein zäh Samt! Ey Jungs, schalt doch mal wieder an dahinten, gell? Das kann niemand dagegen fahren. Scheiße. Ist das einfach gesoffen oder was auch? Ey, hast du alles in der Sterbe? Wo ist das Problem, du, ey? Oh, schon, du. Gut. Gut. Noch mal eins. Ganz viele, Achtung, jetzt kommt wieder eins. Level up, oee. Jetzt kommt nur mal vor, Achtung, 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 jetzt. Oh, mein Wingscheibe ist kaputt, verdammt. Mach halt alles kaputt! Ganz viele, verdammt. Oh ja, verdammt, jetzt wie gleich, Moment. Bobby! Ist das Auto von England gekruts? Dauert. Nee, darf er. Der ist schon die Frauwein. Absteigen, Absteigen! Nein! Haha, alle wegen der Kräfte annehmen. Ja, scheiße Typ, man. Ah, man, man! Ich f*** dich in die a**! Andere haben die gute Story, okay, Luca? Bastaard! Bäm, bäm, bäm! Ja, gelb, boom, boom! Ah, warte! Letze, warte! Lade! Batterie, jawohl! Waaah! Was, wo müssen wir hin? Oh nein, ich hab das Tape genommen. Aber ich wollte auch den Energy Drink nehmen, aber den hab ich nicht gekriegt. Huhu, hallo, hier! Ba 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 ba... Die ist kleiner, man. Hey, kleiner, man. Alles annehmen, oder? Thank you. Steven is looking for me? Could you... Einfach alles annehmen, oder? Ja. Kannst du alles annehmen? Huch! Wie man auf die Titten guckt, man. Nein, nein, nein! We follow James to this lighthouse, so we can send... Huch! 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 robb GOTYRTV Hejaтрous Huch! Good, 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 good! Huch! Okay. Wie kaputt das istman! Wir nehmen ein neues Auto, keinen Stress man! Hast du so. Das ist so scheiße! Ha, ich fahr mit dem Auto! ich fahr ich hinterher. Okay, wir fahren hinterher, gute Idee! Dann real, mal! Doch, fahr doch! Oh Gott, Beifahrer Ach Freddy braucht zu lang, Mann, ey Freddy, ich dachte schon, Freddy, ich fahr drauf auf ihn Wir hängen fest! Du bist schon los, du wolltest unbedingt mit einem kaputten Auto fahren, vertrau dir What? Puppies! Ok Ich muss mich in der Vordersee mal Au Freddy, die kann ja auch so fahren Ah, ja, genau Ich zeig's nicht ein, wo du sagst, stimmt, ja Ah, da war ein Zaun Hey Freddy, wo bleibst du? Jo, der kommt schon irgendwann Ich bin, ich bin level out, muss erstmal einen starken, äh, ne, einen starken, äh, wie heißt das, Schlagring hier, base, 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 press, 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 mach halt Nix base Oh, da die Riesenzombie sind alle tot Äh, hier, hinter eurem Auto parken Boah, Luca, helfe, 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 helfe Woh! Woh! Prär dich auch bei den Faden! trich moralistisch Woh! 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 Was ist schon los? Ricola! Oh, Fahri, Fahri, mach schon Fahri Oh, die waren aber schnell weg So, runterrennen So, runterrennen